Ich bin in Helsingborg, bin aber in der Falschbusse. Und jetzt muss ich wieder kehren. Dann soll ich zurück ins Zentrum und dann ins Zentrum noch laufen. Ah, Glück laufen. Ich bin ganz oben auf dem Karnia-Turm. Opa! Musik Er stellt den Wind sturmt an. Hier, wo ich jetzt stehe, ist es am stärksten. Und je mehr ich rübergehe, desto weniger merke ich es. Einmal sieht es. Das ist das Museum of Fire in Helsingborg. Es hat verschiedene Sachen. Naturkatastrophen. Unsere Stürme entwickeln. Erdbeben. Wie man jetzt führt. Jetzt geht es in einen speziellen Tierpark, der halt tierfrei umlaufen. Musik 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 Oh.